Hallöchen Popelchen und er hat wieder neu geladen, das hat mir schon mal, dass er das getan hat. Okay, er hat meinen Autosave geladen. Okay, wir müssen uns jetzt nur noch mal neu heilen. Ja, erstmal schön, dass sie wieder eingeschaltet habt. Ich habe mittlerweile den Controller angeschlossen. Und muss nur gucken, wie ging es jetzt noch mal, das ist verstecken, ist mein Mann drin, genau, nein, jetzt mein Schild weg, ey, hoffentlich, dass wir jetzt, das wäre bitter. Okay, Schild weg, tatsächlich, ne. Warte. Warte. So, ne. Jetzt muss ich mir, ach, jetzt muss ich mir erst mal wieder an eine neue Steuerung gewöhnen, Leute, sorry. Genau. So, jetzt haben wir hier. Heavy Weapon. Leider gibt es kein kleines Schwert, was schnell und stark ist. Jetzt habe ich nicht mal mehr ein geiles Schild. Ich hatte so ein geiles Schild. Warte mal, gibt es dann hier die Möglichkeit irgendwie, ne. Key Bindings. Key Bindings. Key Bindings. Aber mehr gibt es ja nicht. Irgendein Knopf ist hier Autosave und so ein Quatsch. Naja, schade. Okay, ich glaube, das hatten wir schon mal geguckt. Dann speichern wir auf jeden Fall jetzt eben. So. Und dann gehen wir weiter erforschen, meine Damen und Herren. Ich freue mich. Sehr schön. Was tut mir eine Kippie denn eigentlich so schief? So, hier habe ich ja, doch wohl, warte mal. Ich habe ja noch ein paar Dinger gemacht hier. Ein paar Bandagen unterwegs. Und dann können wir hier gerne mal anfangen zu traveln. Warte mal. Wo wollen wir denn hin? Häh! Haben wir hier? Nee, lass mich in Ruhe. Kann ich aber rein? Warte mal. Warte mal. Warte ich. Ja, Warte mal. Hä? Äh, warte mal. schon mal da sind wir wieder geflüchtet da waren wir auch mal im mehr okay die steuerung mit dem controller erweicht sich etwas als schwieriger nein hier wollten wir nicht hin wollte das hier erforschen habe ich doch schon mal vorstieg wir wollen ein goblin schamanen hier töten da da möchte ich auch gern hin so jetzt habe ich jetzt habe ich meine freunde jetzt habe ich es schnell hauen springen schwer hauen und dächen war doch hier irgendwo ne ja dächen springen schnell hauen okay ich fühle mich bereit und hier offen einer nach dem anderen bitte genau erst mal die nahe kämpfer ein kratzer und war noch einer klar nehmen auf jeden fall erstmal die knete hier neue arbeit haben wir auch sehr gut wie war denn noch mal heilen doch amir 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 keine gnade mit euch goblin da ist der obermacher erstmal knallen wir den hier noch weg dann speichern wir das inventar der speichern wo ich hiermit aus weg kam her du schamann noto war pause für mich aus dauer also schnell wo eine zeit für lang faxen hier richtet her direkt ein paar glocke kann so kann ich durch springen aber sonst nicht ich nehme alles mit ich würde sagen das war eine gute runde dann haben wir geschafft dann lass uns doch mal gucken was wir hier haben kann ich das nicht mehr aufrufen das einmal so erforschen das macht sonst keinen sinn haben wir denn hier er wird meine volle waffe geben also eine mega gute waffe wenn ich hier die orks platt mache da waren insgesamt drei stück ich glaube das ist der erste in einem haben wir glaube ich schon platt gemacht das ist nicht der erste denn einen haben wir schon platt gemacht ja ich fühle mich ein bisschen mitgenommen und der jemals hat oder so steht da unten sind noch sachen da hobby in flächen not welcome aus dem klieren auf und mit jobben und med waffe hat kassiert oder am kein problem die nächste bitte die nächste bitte stirb okay Komm her du Affe Komm her Aua Der trifft auch noch Wir haben die meisten Orte eigentlich schon hier platt gemacht, oder? Komm her Ich war nicht fällig Wir sind ein guter Verfassung, Leute Wir sind ein guter Verfassung Wir haben jetzt so viel umgehauen Wir haben ein quick save Nicht, dass irgendein Scheiß passiert hier Hab ich fast getroffen, ne? Bums Bums, Bums, Bums So, da ist er, Varick, der, der Jungle Du kommst mit Varick, kannst du erstmal da lassen Lass mal verprügelt dich hier war ich komm mal her komm mal her jetzt war ich komm mir ohne dein buddy nur du nur wir zwei du und ich wir kloppen uns jetzt kriegt der sterne jungen kommen hier am zelt verteilt von bestimmten ordentliche stelle habe ich mir gedacht so machen wenn ich über den drüber will so kriegt man die kaputt immer schön hin und her kiten manchmal muss man sich auch mal eine fangen wenn man den schmerz im kopf nicht vergisst dann schneidest du den gegner zu tode den hungen haben wir ausgehungert haben wir dein boss ist tot ich habe an einer stelle aber an deiner stelle wird hier abhauen die ganzen leichen hier sehen oder lieber bekannten ich habe ihn gewarnt also sind es als hätte ich nicht gesagt eben mal ernsthaft jetzt kannst du nicht einfach noch treffen den da oben nehmen wir jetzt noch auseinander sehr tot recht viele verwende hier der kassiert der kassiert alle drei neue arbeiter respekt der stadt nicht hier stage clear oder bin ich doof das stadt nicht hier stelle oder da tue ich mich jetzt scheint aber ich möchte erstmal nach hause ich muss mich heilen travel home sweet home alabama der hat und seine aufgabe hier fertig ich habe mich schon gewohnt sie sind es wohl am zu preis aber sind schule hat wurde tags beinahmen ihr tag das wurde für meint bier ok also er hätte nicht gedacht dass wir erschaffen wenn man wollte nehmen wenn wir das brauchen können und er hat eine aufgabe hauptsache ja ok habe ich nicht verstanden haben wir was neues bekommen ich brauche keine heavyweb ich brauche mal eine vernünftige normale weppen einfach eine vernünftige waffe leute und sie ja alles haben das nicht so was neues für mich oh ja 29 rüstungen 14 stärke mainz definitiv meint hier kannst du den auch noch haben 14 stärke alter da liegt mir am zu verlieren wir haben jetzt wieder hier ein spielpunkt größte speed of ball quick slashes bei 20 prozent das sind die sachen die ich schon entdeckt habe das sind die ich noch nicht habe add bleeding damage over six seconds to your enemies doubling your total damage double your chance of getting a critical strike with big slashes das ist definitiv gut oder hä ich bin verwirrt kann hier nichts auswählen ne ich kann hier nichts auswählen das habe ich alles schon gelernt warte mal krass wie zum upgraden Also wir sehen auf jeden Fall um einiges geiler aus. Chris Vierk zum upgraden. Kann ich irgendwie nicht. Das habe ich ja schon aktiv. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt gerade nichts machen kann. Das kommt zurück, das kommt zurück, brauchen wir noch mehr Holz, ja definitiv, Holz, das brauchen wir, machen wir Papier auf jeden Fall, dürfen nicht vergessen. Komm, machen wir eben hier fertig. So viele neue Mitarbeiter, ne? Cool. So, machen wir die Scheiße eben weg. Ja, einer hierhin, zwei hierhin, zwei hierhin. Und was brauchen wir noch? Nehmen wir das noch mit. Man weiß ja nicht. Ja, man weiß ja nicht. Erstmal speichern. Das war ein alleine der Helm, der Helm ist Gold wert gerade. Ich müsste jetzt der Match machen wie Weltmeister. Dann lass uns doch mal reisen, mein Freund. Und zwar, was sollen wir denn hier machen? Hä, aber den habe ich doch verprügelt. Hä, da müssen wir noch mal gucken. Das verstehe ich nicht. Im Übrigen spiele ich mit meinem Spider-Man Controller, falls es jemanden interessieren sollte. Wird ich irgendwas machen müssen, oder so? Joost, okay, ich verstehe es nicht. Aber es ist, wie es ist. Ich erforsche mal ein bisschen was hier, damit wir mal sehen, wo wir so hin können. So, dann, also da konnten wir nichts machen. Da waren wir schon. Dann lass uns doch mal hier reisen. Ich bin gespannt, ob der Helm mir was bringt. Ah, das sind die scheiß Orks da oben auf der Planage. Ich bin gespannt, ob ich euch ober. Du bist schon mal hier einxperrt. Das sind die Scheiß-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr. Das war's für heute. Fertig du Arsch. Mehr sag ich dazu nicht. Mehr sag ich dazu einfach mal nicht. Man kommt hier aber auch nicht hoch. Man kommt hier nur mit einem Dash hoch. Mal gucken, ob der uns was dafür gibt, dass wir die verprügelt haben. Na klar. Ja, gut gemacht, Soldat. Was sagt er? Ich denke sie auch noch. Ja. Auch meinen Scheiß kaputt zu machen. Okay, dann reisen wir und reisen jetzt. Was wollen wir hier machen? Noch nicht mal hier hin. Erstmal speichern. Wie immer. Und dann geht's los. Ja, wir haben gar keine neuen Dinger gemacht. Okay, was haben wir denn hier? Critical Damage. Was haben wir da oben drin? Institution. 1 bis 6. 1 bis 6. 1 bis 6. 2 bis 6. 2 bis 6. 2 bis 6. 3 bis 6. Und dann Dash ich deinen Kumpel kaputt. Okay, ihr Affen. Was ist denn da? Und da? Was ist denn da? Und da? Ich hab die Knochen. Was ist denn da? Und da ist der Knochen? Was ist denn da? der war schief kriegt ordentlich auf die glocke der war schief verteilt mir ordentlich auf die glocke und ich habe nichts mehr um mich zu heilen torne esophagus und hagen brain tissue ich habe immer das ist aber nichts neues das kommt nicht von jetzt bis nach china war einer der dinger schiebt dann feuerbälle vielleicht sollte ich speichern kommt nur ist noch an sagt man ja ich bin genau das gegenteil morris knoffern so gegen mich ouch da kommt immer noch gegner haben wir dann noch sondern bogenschütze bei ok wir sind kurz von verrecken aber bekämpfe uns weiter durch bekämpfe uns weiter durch und ich hoffe wir überleben das natürlich überleben wir das wir werden nicht wir wenn wir nicht so einer warte mal steht vielleicht noch irgendwo anders so ein hilding leider nicht mehr hätten wir da vorne ist ein arzneischrank aber da komme ich nicht ran weil der typ da direkt steht wenn der mit nämlich gar nichts den interessiert hat nicht er denkt nur kam her alter der knall ich ein paar aber falsch gedacht ich bin jetzt gerade ganz doof führen kommen wir nicht dran ok das war das war eine harte runde würde ich sagen die war echt nicht ohne wir haben aber auch geschafft aber jetzt müssen wir erstmal zurück travel uiuiuiui ja du darfst mich heilen und du darfst mich reparieren du darfst mir geld geben oh der hat schild da alles müll aber das schild das nehme ich erstmal dann brauche ich mir noch ein paar paar bandagen die bandagen können wir mal upgraden tatsächlich was kann er denn das kann ich jetzt hier noch machen oh nehmen wir mal zwei mit keine ahnung was ist das hier kann denn der markt aber da kann ich tauschen aha ok mhm schon von irgendwas alle bücher da oben her aber fast fast und man sieht man die ganze zeit die maus da wird so laut brauchen also holz dann lass mich mal hier an mein fuzi travel ja um alle dahin holz holen ja um alle dahin holz holen ich weiß halt nicht ob ich später den den scheiß irgendwo anders herkomme kriechner hier zum weißt du was ich mein raffinieren wir werden ja richtig viel brauchen um da 100 stück rauszukriegen ich weiß nicht wie viel waren 400 400 also der sagt wenn ende ist ok also das werden wir jetzt bei fünf stück werden das zehn stück nur 50 sind 10 20 stück hätte ich jetzt das heißt ich brauche 500 stück das ordentlich ich glaube es wird auch nicht anders gehen oder ich habe keine ahnung lohnt sich das jetzt das zu tun dafür will er 50 dann machen wir das doch mal eben wenigstens einmal upgraden dann kann ich sehen ob das vielleicht auch billiger wird da wir haben jetzt eine bessere raffinerie und ich glaube nicht ist nicht billiger geworden ne wofür habe ich das gemacht jetzt weil ich auch noch nicht raus habe ist wofür ich hier dieses spiel habe ich habe jetzt weil ich auch noch nicht raus habe ist das bringt mir das das ist ein clicker game ich verstehe das schon ne also ich verstehe schon was ich hier mache ich habe ja einen wundervollen knopf auf meiner tastatur da brauche ich nur drückt halten also auf meiner maus da passiert alles von alleine das ist einfach noch ein zusatz dieses clicker game hier also für 500 gold können wir jetzt die schaufel upgraden und dann macht die mehr als 180 das heißt also wir kloppen die scheiße hier und ich habe noch keine ahnung wofür wir das machen ich habe noch keine ahnung wofür wir das tun aber wir tun es vielleicht machen wir mal eine folge einfach nur clicker vielleicht sollten wir den den werte des verkaufs erhöhen damit es schneller geht ein explorer wofür ist der guck mal ach guck mal jetzt passiert das immer automatisch jetzt passiert das immer automatisch ich habe keine ahnung ob es jetzt irgendwie wertvoll ist jetzt gehen wir das ja nicht mehr oder der meint jetzt nur noch das da also ich kann ihm sagen was er abbauen soll oder was gucken wir mal ich versuche es nur zu verstehen ich versuche es nur zu verstehen ok man macht irgendwie immer beides ok dann lassen wir ihn jetzt und ich hoffe er macht da weiter irgendwie keine ahnung ich weiß es nicht so wir sind wieder bei 40 minuten angekommen meine freunde wir sehen mittlerweile schon ein bisschen pornöser aus würde ich sagen und wir wollen immer noch ein level wir sind ein level ab genau ok ja wie immer ich mach mal eine stärke höher konstitution wir haben einfach kein leben mach mal ich mach mal konstitution höher ich mach mal äh äh p ich möchte leveln ach habe ich konstitution haben wir höhere ok wir schlagen jetzt noch schneller aber wir hatten doch so eben das hier oder das ist jetzt weg habe ich das gefühl ich habe das gefühl ich verschwende massiv punkte hat mir nicht vorhin das hier naja kann ich wieder das auswählen ok er bringt euch ihr kennt das ganze meine freunde daumen hoch kommentieren abonnieren glocke nicht vergessen damit ihr nichts mehr verpasst und dann sehen wir uns im nächsten video chill mit öl meine freunde